ja servus leute hier wieder bei saipo gaming wir spielen wieder battlefield und diesmal spiele ich nicht alleine weil ich mir gedacht habe alleine macht es nicht so viel spaß ja hier unser mongo number one ist wieder mit dabei ich bin hier und wir spielen jetzt battlefield hier auf der china racing map guilin gipfel und ja was spielen wir dann was spielst du im moment nix ich spiel versorger okay ja komm ich bin mal medik ich bin mal meine mv 16 hochleveln von hinten kommen die von der aus der richtung da oben hat er den er das tut ich habe es ausprobiert ich habe da man nämlich stings drauf ich habe allerdings auch drauf und und was ist das von hinten ich werfe das ding einfach durchs fenster da wird zwar die sks mitgenommen ok sind die sinne ich sehe gar keinen hat doch da oben hast du den gesnackt weg gesnockt ja genau weg gesnockt ist das neue weg gesnackt müssen du hin ach du rennst ich krieg das nie mit wenn du weg rennst ok ich renne nach elf ok ich bin auf dem weg glück gehabt da ist gerade was eingeschlagen bei eh manchmal hier so premium hat mal dings drauf akku visier habe noch dieses wie heißt das ding die die kimmel und korn an der seite jetzt gerade nicht ein machen wir nach a oder ich würde sagen wieder nach e ja ich sehe den einen schon ok irgendwann hat mich gerade angeschrieben sehr schlecht ja du schießt hat schon gedacht ich hab schalte einfach drauf ich treffe sowieso nichts kommen auch von a da ist gerade einer verrecken noch einer ist also ungünstig aber wir sollten lieber ich bin tot wie bitte mit ak12 auf die distanz mich hat dann mit der abs schalte ja ich hab's gelesen ich hab's gelesen ok also mit was freigeschaltet was haben wir freigeschaltet pso 1 ok wir machen wieder nahdistanz drauf machen wieder laservisier dranne schalter verbleibt ergonomischer griff was bringen die idee gibt es gar keinen unterschied dazwischen ok 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 ich bin gespawnden hat tot das ist nicht so toll das ist wieder so geil du spawnden bist tot ich nehme dir die ska das ist eh das geilste beste waffe ja ich bin hier in einem geilen tunnel nach a ich bin jetzt hinter dir dann blicken leiche ach ich wollte gerade sagen da ist ein sniper aber das ist ja der von uns hier ich werde mal hier ein bisschen in richtung von dem flugzeug aber da sehe ich im moment nix wenigstens nehmen wir das ein und wir führen noch dass die hauptsache ich will auch einnahme punkte haben nein da war ich eine sekunde zu spät ich schätze dass die von e kommen ok also laufen wir noch eh ja aber wir haben den entscheidenden vorteil wie können von oben auf die runter schießen das stimmt erhöhte position ist immer gut das erst mal mich wieder irgendwie gescheit hinsetzen dass ich abgeben dass du abgehst oder dass dir eine abgeht erstens dass ich abgehen dass wir noch eine abgeht genau so meinte ich das und in der reihenfolge ja nicht anders da ich manchmal was jedenfalls auf die fresse kriegt da war links rum also am rand vorbei noch ja ich sehe es bewegt mich schon mal auf der straße ich weiß noch wer mit dem heli ja wie wir den abgezogen haben der schießt da guckst du gerade nach hinten nach e im moment nicht aber da unten ist noch einer von unserem squad ich bin schon fast oben bei auf jeden fall schießen da irgendwelche der heli gibt uns luftunterstützung das finde ich mal gut ich sehe denn von mir nicht auf jeden fall kommen die von ja d ja ich sehe es da oben da wo ich bin ein schiesisch ein bisschen ich treffe hier nichts die die waffen sind für distanz nicht so gut jetzt war das gar aber das ist auch nicht das wahre ich habe sogar eingekillt ich wenigstens ein bisschen squad unterstützung weg 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 da kommt ein bomber und ich weiß nicht wo der hinschießt ich denke weil er schießt in unsere richtung ja da ist er schon ich weiß warum ich gerade ein stück zurückgegangen bin ich habe nicht Kontakt zu einem feindlichen Schauschiff ich muss mal weiter da hoch weil die entweder laufen jetzt zwischen Tunnel nach A ja ich bin hinter dir war da gerade einer zwischen E zwischen dir und E irgendwo oder war das nur ne pflanze ich wirklich hätte da was gesehen ich würde sagen wir campen hier und wenn die dann von da unten kommen sind wir ein bisschen kaputt dann snoggen wir die weg vielleicht snacken wir uns auch von hinten da läuft schon einer ja ich schleiche mich mal so ein bisschen hier unten rum als Ablenkung dann kannst du die Fläche lol ist das nicht cool was denn wow 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 ich lauf weg uah lol jetzt hätte ich fast wenn ich Teamkill angewiesen dann wäre ich tot lol hinter euch ne ne vor mir die habe ich nicht gesehen also fast nicht einen habe ich erwischt die kommen da hoch falls du noch lebst also als Medic mit den Waffen bin ich irgendwie schlecht ich weiß auch nicht oder ich benutze einfach nur die falschen Waffen vielleicht soll ich wieder meine AOG nehmen in Battlefield 3 nehmen wir da eh ein aber war das eigentlich meine Standard Waffe was die nehmen eh ein der Bomber ist frei kannst es rein setzen dass du deine Dinger bekommst ok ich bin schon auf dem Wuster das ist ja da drin oder ey ich will da rein du nütze geht da raus ok ja der kommt da willst du ich lauf auf dich zu ja nicht du ok aber ich komme trotzdem morgen bei mir ist einer krieg erst auf eine Kanate zurück what the fuck die kommen da drüben ich hab den nicht getroffen aber geil der tot ja der ist tot und ich war auch tot wir haben jetzt einen coolen Medic der da unten vor dir läuft der Minecraft wie auch immer der heißt ja gut möglich ne der hat mich nämlich wieder gehealt nördlich meiner aktuellen Position ok das ist eine ganz andere Richtung die sind schon wieder da oben die können uns gleich von hinten in den Popo du weißt schon was du bist wahrscheinlich direkt hinter mir oder? ne ne ich bin ein Stück schon weiter oben ich musste da grad mal unserem Team helfen was liegt hier? brauchst du du hast jetzt noch den hinter dir ganz der sozusagen rückendeckung gegen aber die sind wieder bei a alter gummi dm a wieder schon wieder halber eingenommen das heißt er muss da campen die müssen ziemlich in der nähe hoch das ist so eins ist auch wieder gut die kommen jetzt wieder von d von da oben wo ich ziehe ist der weg ist also alle leute hier die jetzt erst battlefield anfangen die taste die für euch am wichtigsten sein dürfte es kuh um die gegner zu markieren weil er wissen ja aber dann wisst nicht nur ihr wo die wo die noch sitzen sondern dann weiß euer ganzes team wo die sind da oben ist hat noch einer gerutscht werft denn sein kopf nicht recht rechts von dir ist noch einer die fünf leute habe ich keine chance und wenn die mit einer sks sprain das ist noch einer leute hatte ich noch schläfe wieder hätte ich noch gekillt was du lebst wieder ein bisschen wieder tot wieder beliebt wie beliebt ich glaube ich baumarbeit das ist c ja würde ich sagen c und dann nach b rüber und dann holen wir uns wieder alles netz wird ja auch wieder ein bisschen gebettelt da kommt ein quad von rechts das ausgestiegen danach ist aber noch drauf wo hast du den kraft fliegen sehen auf seinem quad her ich mich schöne runde gesnockt da war die feindliche rakete links und guck mal bei wie wir was hast du für ein zoom drauf ein weites ja dann guck mal bei was die 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 sitzen da überall mit der sks oder sonst irgendeinem autosnapper und spam da alles mögliche drauf ich krieg die nämlich nicht ein messerwerk geil oder m3 20 ja du bist schon da oben in der tat ballerst du von da oben runter die sitzen unten unten am richtung wasser ist noch mal so ein berg da sitzen mindestens drei sniper drauf alle alles so die maugier das ist das distanz ist die waffe übel geil wollen wieder ich sporn ich sporn wieder bei c und ich sporn bei dir so da erst mal wieder lauf 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 da kommt gleich wieder eine rakete glaubst du wir haben es dir gerade gesagt feindliche rakete im anflug oben am stein rechts oder was ja ne den hab ich nicht mehr gekriegt ja komm mit einer ac e 52 cqb ja der lebt noch und hinter dem ist noch einer aber ich weiß ob der aus unserem team ist oder nicht er ist alles unter dem team hat er gesnackt habe ich gesehen aber das ist auch kacke da jetzt kommen die von d und von der anderen seite lol wtf wo war denn der ich hab den nicht mal gesehen ich hab die ganze zeit da hoch geguckt da kommt ne rpg falls du noch lebst ja 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 der sitzt da oben hinter nem stein pass auf sehen aber ich hätte das von hinten angesnipet und ich bin tot da weggeht 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 ich lauf schon wo kommt denn die auf einmal her hinter dir Ja, der stand auf einmal hinter mir. Dieser Lutscher. Mein Heli. Wo ist denn unser Heli schon wieder? Der ist wahrscheinlich kaputt. Wart mal, wart mal. Warten wir ein bisschen. Wahrscheinlich haben die Gegner zu unserem Heli. Oder schnell bei C spawnen. Bei C? Ja, bei C. Loh, direkt vor mir. Alter, leck mir doch. Wie kann der mich bitte noch treffen? Leck mir doch die sonst was. Mi, 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 mi. Ja, ich kann mich schon wieder aufregen, aber... Was, 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 was? Das kann ich sonst auch. Ah, Heli ist da. Okay, ich nehme Pionier noch mit. Wenn der... Wenn der jetzt aussteigt, ne? Ich bin die coolsten. Wenn wir... Weiß was, schon mal steig, jetzt ausnehmen bis dahin. Kill den. Ich reparier den mal. Auf dem Berg da oben. Wo? Wo, 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 wo? Ich seh nichts. Irgendwo auf dem Berg. Bist du schon wieder drinnen? Da ist der! Ja. Ein anderer Heli. Ich weiß, ich bin da rausgestiegen. Ey, ich bin ins Haus rein. Ja geil, das nimmst du in mein Haus. Wo ist der Heli? Erstmal hinterm Autocamp. Haukst du immer noch drin? Ja. Das musst du alleine einnehmen, ok? Ja, das ist schlecht. Hast du eh gedrückt, ne? Ja, aber ich muss F drücken, dass ich rauskomme. Und der Heli ist abgestürzt. Hammer geil, Junge. Boah, was können denn die bitte? Na wie du. Nein, sonst wäre der Heli noch am Leben. Was hast du? Quad-Action? Ja. Wer fährt? Ich weiß. Ich stell jetzt mal meine Fahrkünste und da beweisst du. Hast du C4 dabei? Weil dann konntest du dich hinten drauf sein. Weil ich habe keinen RPG, sondern nur Stinger dabei. Wo ein Fahrstatt bitte dahin? Weiß ich nicht. Premium, ey. Oh, komm. Ja, was machst du denn da? Komm zurück. Komm zurück. Ha, scheiße, Mann. Wolltest, hast du nicht irgendwas gesagt? Du wolltest deine Fahrkünste unter Beweis stellen. Jetzt sind wir wieder auf der Straße und jetzt wieder nicht. Fest nicht bei der Position. Jetzt sind fein sicher. Alter, ich sehe nicht mal das andere Quad, was da gerade an uns vorbeigefahren ist. Okay, wir steigen jetzt aus. Steig aus, steig aus. Falsche Taste. Steig aus. Wir schützen jetzt. Da. Woher Schutzhilfe? Okay, die sind ja alle tot. Okay, du darfst Quad fahren. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr, oder? Nein. Boah, das war episch. Durch die Explosion gelaufen. Wo bist du? Ich bin hier hinten an dem Haus. Ich nehme gerade noch einen. Ja, wir haben gewonnen. Hammerfett. Das war gerade so, ey. Cheat. Was heißt gerade so? Wir hatten immerhin 25 Leute mehr. Bzw. Erstmal hier. Learn to play. Learn to play. Ja, learn to play. Die können es einfach nicht. Auf jeden Fall. Okay. Damit würde ich sagen, ist diese zweite Folge von Let's Play Battlefield 4 Multiplayer leider auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht uns zuzugucken, wie wir gut versagen oder auch nicht. Versagen. Ja komm, bei deiner Karte kann man nichts versagen sagen, aber bei meiner. Ja komm, du hübs noch ein bisschen. Okay. Ich habe ja in der ersten Folge schon gesagt, dass ich hier nicht der Oberpro in Battlefield bin. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bzw. Und bis dahin. Ciao, macht's gut. Vielen Dank.